Was geht, Leute? Heute kommt mal wieder ein besonderes Format auf meinen Kanal. Also ein Format, das schon viele gemacht haben. Mein 1.000.000 Euro Kleiderschrank. Joke. Ja, da viele von euch auf Instagram auch gefragt haben, wo ihr mir folgen solltet, weil Kevin kriegt langsam genauso viele Likes wie ich. Liked meine Bilder, die sind echt sehr passion. Weil ich sie geschossen habe. Auf jeden Fall haben viele nach meiner Kleidung gefragt, weil ihr mich schon ein bisschen stylisch findet. Und ich auch ein bisschen stylisch bin. Ich bin jetzt kein Fashion-Youtuber wie Apple Red oder so, aber ich habe Fashion in mir. Gehen wir mal erstmal diese Stange hier durch. Das hier ist mein Burberry-Hemd. Zeig uns doch mal dein Burberry-Kleid. Joke, ist von Hazel. Ich und Hazel teilen uns eine Kleiderstange, deswegen zeige ich erstmal Hazels Sachen nicht. Ich wollte noch sagen, dass es Secondhand ist, damit ich nicht so reich rüberkomme. Ja, Mann. Eines meiner teuersten T-Shirts. Das Supreme X Comedé Garçon. Machen Beauty Shots. Wir wollen auch noch das Label sehen. Ist echt. Soll ich die Sache noch anziehen? Nein. Zu aufwendig. Ich habe Hunger. Zu aufwendiges Video. Wenn ihr die mal alle getragen sehen wollt, dann fragt danach. Ich kann auch mal ein Lookbook machen. Okay, das ist auf jeden Fall sehr teuer. Das hat für mich, wie viel hat es gekostet? 100. Hazel, hör mal weg. Okay. Ich habe mich nicht weggehört. Wie soll ich ihn weghören? Ja, auf jeden Fall ist das... Du hast gelogen. Du hast gesagt 150. Ich weiß, ich habe sie angelogen. Ich habe gesagt 150. Okay, das hier. Einer der ersten Comedé Garçon. Ja. Meine Lieblingsmarke habe ich auch Secondhand gekauft. Hat mich nur 50 Euro gekostet. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist das eines meiner Lieblingsmarken. Warum? Weil ich ein Weaboo bin und es aus Japan ist. Nee, Joke. Ich mag das Herz voll. Also es ist sehr simpel, aber sehr markant doch. Und es ist immer wieder Gesprächsthema. Leute fragen immer, was ist das? Ist so. Hier haben wir noch drei andere Comedé Garçon. Die sind alle von Hazel. Die kann Dirk leider nicht tragen. Hazel kann aber meine tragen, was voll unfair ist. Ab jetzt solltest du immer Oversized tragen. Das war Comedé Garçon. Ah, nee, ich habe noch das hier von Comedé Garçon. Ein gestreiftes, ein gepunktetes. Sehr chillig. Muss ich ja nicht tragen, oder? Ihr kennt das. Das von Hazel. Das ist eine Hazel. Billige Sachen von Hazel. Zeigen wir nicht. Ja. Dann kommen wir zum ersten Supreme... Äh, nee. Zum zweiten Supreme Ding. Das Supreme X Akira Pulli Retail gekauft. Sehr nice. Diese Sachen von Akira sind auch meine ersten Supreme Sachen ever. Ich wusste gar nicht, wie Supreme funktioniert. Und dann habe ich gesehen, dass Supreme einen Akira Drop hat. Da musste ich unbedingt kaufen. Ich habe Arbeit geschwänzt. Ich habe Hazel gesagt, ey, du bleibst heute zu Hause. Und dann haben wir zusammen das hier gekoppt. Und dann noch zwei andere Sachen. Ich zeige die euch kurz. Ähm, das. Das habe ich gekoppt. Akira T-Shirt. Auch sehr nice. Beneiden nicht viele drum. Einfach schwarz. Größe L. Ach, ich habe hier noch zwei weitere Comedé Garçon T-Shirts. Wir haben viele Comedé Garçon T-Shirts. Einfach nur grau und einfach nur blau mit einem riesenblauen Herz. Und das Akira Baseball Shirt noch. Ich glaube, ich hatte sie in Vietnam an. Dann gab es Supreme noch diese hier. Die habe ich im Retail gekauft. Aber für den Retail-Preis war der außersehen zwei gekauft. Hier, über nice. Ich finde die Farbe etwas zu grell. Ich mag es. Es war stylisch. Es ist schon stylisch, oder? Ich meine, so eine Farbe hätte ich mir nie geholt in so einer grellen Farbe. Aber es gab es halt für Retail. Einer meiner neuesten Augenschaften. Ein Goscha Gubczynski-Pulli. Hoodie. Kettmann schon hattest du fast in jedem Video. Ja, Mann. Den hatte ich noch echt viel an. Aber ich finde einfach das unsymmetrische nicht richtig nice. Schaut mal die Ärmel. Das hier ist einfach offen. Und das hier ist hier so zu. Wie normaler Hoodie. Aber hat noch hier so einen Ärmel. Hm. Und bügeln tun wir nicht. Nö. Zweimal getragen und das wäre gar nicht. Der Sweater, wo mich jeder beneidet. Ach ja, ich muss noch die Preise sagen. Aber ich blende euch die Preise einfach immer ein. Wenn du es vergessen hast. Der beste Hoodie der Welt. Oversize von Inom Unit. Die haben auch Hoodies da, wo einfach Elevins Gesicht hier richtig fett ist. Ich glaube, die sind alle ausverkauft. Aber so, dann habe ich noch was von einer koreanischen Marke. Ist zwar ein bisschen kaputt, weil die Quali nicht so geil ist, weil es von Puma ist. Du würdest doch nicht sagen, dass alles von Puma schlechte Qualität hat. Das hier hat schlechte Qualität. Ja, das stimmt. Das hat so richtig Kratzspuren hier. Fussel ist voll schnell. Jedenfalls fand ich es auch cool. Ich finde einfach so Fake-Armel nice. Wow, hier noch. Guck mal, hier kann man so durchpassen. Mmh, cool. Ja. Und das von Ada Error. Eine koreanische Marke. Jetzt kommen wir zum teuersten Kleidungsstück, was ich besitze. Kennen wir schon. Kennt ihr schon. All right. War aber zur Hälfte reduziert. Ja, guckt euch das Video an. Mein Lieblingscardigan. Das ist auch eines der wenigen Sachen, die mir auch passen von Hazel. Cooler Cardigan. Fällt Oversize aus, auch bei mir. Ist von Sandro Paris. Habe ich für 190 gekauft. War vorher 300. Ja. Wir sind so eine Schnäppchenjäger. Black Friday. So, hier habe ich noch ein witziges Hemdchen. Das habe ich die ganze Zeit in Vietnam getragen. Mmh. Überpervers. Guck mal, die leckt einfach. Aber das hatte ich von YesStyle. Weil am schwört auf YesStyle. Und ich habe bei dem einfach mal vertraut. Quali ist nicht geil. Guck mal, wie es knittert. Das hat sehr dünnes. Und ja, das Design ist aber cool. Auch wenn es ein bisschen pervers ist. Dann habe ich noch mal dasselbe. Das ist aber aus Japan. Trage ich kaum. Weil jedes Mal, wenn ich es trage, sagen mir Leute, das aussieht wie ein Bademantel. Not worth the comment. Hier eine meiner Lieblingsjacken. Ducy. Entspannte Bomberjacke. Habe ich aus Amerika. Ich dachte, ich kaufe es mir in Amerika. Richtig günstig. Weil in Amerika kostet Ducy deutlich weniger. Und dann sehe ich im Online-Shop 50% Sale. Und dann hat er sich nicht mehr getraut, in den Laden zurückzusehen. Ja, dann habe ich ihn nicht mehr... So, hier haben wir noch das letzte Comdega Songpiece. Habe ich in Japan gekauft. Da ist es nämlich deutlich billiger, diese Marke. Weil es aus Japan kommt. Ja. Ein T-Shirt von der vietnamesischen Marke. Duc. Duc. Das ist einfach nur ein grünes T-Shirt, aber... Aber Duc hat Cola drauf gegossen. Ja, Mann. Ich habe Cola drauf gegossen und jetzt ist da dieser... Sieht man das, Neva? Doch, man sieht das. Und jetzt sind da diese Blütschflecken. Also... Ja, voll krass, wie schlecht das ist einfach. Ne, die vietnamesische Cola ist einfach sehr ätzend. An Jacken habe ich nichts Teures. Uniqlo. Ah, der Burrusha hier. 20 Euro. Habe ich aus Japan. Der ist richtig vintage. Ich dachte, der ist fake. Da steht einfach mal Burberries, ne? So hieß diese Marke vor 1999. Also, wenn ihr jemanden seht, der Burberries hat, der ist kein Faker. Er ist einfach nur sehr vintage. Wie ich. Äh, Jacke, normal, Uniqlo. Sehr nice. Sehr designmäßig. Habt ihr auch schon oft an mir gesehen. Ich sehe damit aus, wie ein Erwachsener. Ich gehe immer mit dieser Jacke raus und Hazel geht mit meiner Jack Wolfskin-Jacke raus und ich sehe immer aus wie ein Prinz und sie. Wie ein Bauarbeiter. Wollte ich jetzt nicht sagen. Dadurch kommen wir auf dasselbe Level. Ja, ich muss halt kompensieren. Noch eine Jacke, die ist von American Apparel. Like Friday. American Apparel kennt vielleicht noch welche. Die meisten eher nicht. Ist nämlich schon kaputt, die Marke. Insolvent. Dann habe ich noch dieses neue T-Shirt von auch einer vietnamesischen Marke und da steht einfach mal Million drauf. Vietnam Dong. Und das Design ist halt das von diesen Krabbenchips. Nicht Krabbenchips, sondern diesen doch Krabben, äh, so eine Chips. Krabben, äh, Sticks, Chips. Mhm. Vom Jump Store, von, also, Shonen Jump. Ein Bleach-T-Shirt. Überteuer, 30 Euro, aber das Original-Jump, also keine Unterschrift, aber mit Bleach. Passt ihm übrigens nicht. Viele Teile passen mir nicht und dann muss Hazel die tragen. Das hier zum Beispiel auch. Das passt mir. Aber es ist so kurz oder so. Aber ich sehe darin voll, sag ich, darf ich schwul sagen. Ja, du meinst ja nicht so. Ja. Ich sehe darin ziemlich schwul aus, also, nicht, dass es schlimm sei, aber... Du fühlst dich darin nicht wohl. Ich fühl mich darin nicht wohl. Genau. Genau, gut gesagt. Hier habe ich noch mein Gucci-Gürtel. Und um welches Bein wickelst du es? Es ist meiner. Ja, ich wette, es passt mir. Nicht passt der, aber wenn ich es hier mache. Ich habe noch meinen Off-White-Gürtel. Dieser Industrie-Gürtel, wo alle sagen, ja, das ist doch kein richtiger Gürtel, das ist ein Industrieband. Ja, sieht so aus, aber ich fand es cool. Halt ab die Farbe. Ja, für einen 200-Euro-Gürtel erwarte ich mehr. Es waren nur 150. Nur. Boah, es war. Ich habe noch viel mehr, aber ich zeige euch nur die coolen Sachen. Na, du hast ihnen auch schon günstige Sachen gezeigt. Das bleibt authentisch. Stussy. Uniqlo ist übrigens meine Go-To-Marke für Basics. Also, wisst ihr warum? Weil ich ein Real-Bub bin und Uniqlo eine Japanische Marke. Ich habe ganz viele Stussy-Sachen, ganz basic. Bevor er ein Halbbiest geworden ist, hatte er nur Stussy-Sachen. Ja. Stussy. Stussy von Seoul sogar. Stussy. Mein einziges Fred Perry-Shirt. Feier ich nicht, die Marke. Ich finde es auch nicht cool, aber ich fand es immer, fand es cool, dass hier Art Comes First steht. Wow. Als Künstler muss man Art als erster Stelle haben. Palace habe ich nämlich auch sonst nichts, außer dieses Shirt. Das Gameboy-Shirt. Übeln tun wir nicht. Ich fand es voll cool. Nein, auf keinen Fall. Es ist das Palace-Zeichen, aber es sieht aus wie ein Gameboy. Nur das hintere finde ich nicht so cool. Ich wusste nicht, dass hinten auch was ist. Das sieht echt kacke aus. Ja, aber hier vorne sieht cool aus. So, Hosen kann ich euch auch schon mal sagen. Alle Uni-Klo. Alles Uni-Klo. Das war's. Dann kommen wir noch kurz zu meinen Taschen. Mein Exxen-Expial-Reiben. Sehr fetzig und überhaupt gar nicht weiblich. Da passt nix rein, außer ein bisschen Geld. Die Tasche, die ich am meisten trage, ist die hier. Hier passt zwar leider nicht meine Kamera rein, aber das hier ist ein 9,3-Inch-iPad und das passt einfach hier rein. Und jeder ist jedes Mal überreicht, wenn Dirk das rauszieht. Es gab eine Phase, wo ich kein iPhone hatte, mit meinem iPad die ganze Zeit rumgelaufen bin. Da habe ich immer das hier so rausgezogen und die haben immer so gesagt, woher hast du denn das hier so weimar? Magic. Diese normale 4-Inch-Reiben kann ich kennen. Unsere sind schon richtig alt. Uralt. Wir haben damals 50 Euro gekauft, als es noch nicht in war. Aber jetzt kosten die überall 100, ne? 100 oder 90. Da habe ich noch was ganz Besonderes. Ein Stussy-Sweater. Und zwar ist das Stussy X Champion. Wow. Und das gab es nur in Japan. Also bevor Champion wieder cool wurde hier, war es in Japan schon viel cooler. Und da haben die voll oft Kollaps gemacht. und dachte mir, muss ich haben. Danke Leute für das Einschalten. Danke Hazel, dass sie mal hinter der Kamera stand. Ich hoffe, sie hat gute Arbeit gemacht. Ich blende hier, weil ich das nicht alles ausrechnen will, den Gesamtpreis ein, damit ich es auch ins Thumbnail machen kann. Bup, bup. Und? Wie viel ist euer kleiner Schrankwert? Mehr? Weniger? Ich weiß, im Gegensatz zu anderen YouTuber ist meiner noch ziemlich... Zack, die Cent. Das ist egal. Oder so. Deswegen abonniert mich, weil ich brauche mehr Abonnenten. Und wenn ich mehr Abonnenten habe, dann kann ich mir auch krassere Kleidung kaufen. Für euch, damit ich es euch zeigen kann. Ciao. Wenn, dann kaufe ich noch was von mir, weil es mir sehr gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Video morgen. Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.